29. Als Batsch aus der geheimen Tür unter der großen Treppe des Anwesens trat, dachte er an nichts anderes, als Marissa zu finden. Der Klang ihres Lachens diente ihm nicht nur als Wegweiser, sondern war auch ein Quell sofortiger Erleichterung. Sie war so gedankenverloren gewesen, seit sie nach einem Tag ruhelosen Schlafes aufgewacht war. Das Gewicht dessen, was sie beschäftigte, ließ sie aussehen wie jemanden, der einen Stutzflügel hinter sich herzog. Doch er hatte ihr versprochen, etwas über das Mädchen rauszufinden, und nun konnte er es kaum erwarten, ihr zu berichten, dass er einen Hinweis bekommen hatte. Mit großen Schritten überquerte er das Mosaik eines Apfelbaums in voller Blüte und betrat das Billardzimmer. Lasseter lag auf dem Sofa und hob beschwichtigend die Hände. »Ich habe meine Hose wieder angezogen. Ich war ein braver Junge.« Batschs Fänge drohten auszufahren und seine Oberlippe zuckte. »Wie bitte?« »Und denk gefälligst genau nach, bevor du antwortest. Du bewegst dich gefährlich nah am Abgrund.« Marissa trank einen Schluck aus ihrem Wasserglas. »Das ist alles ganz harmlos.« »Ich bereite nämlich einen Aktkalender vor,« begann der gefallene Engel. »Er hatte einen String an.« »Die Aufnahmen sind alle mit einem Selfie-Stick gemacht.« Während die beiden gleichzeitig redeten, hatte Batsch das plötzliche Bedürfnis, sich die Ohren zuzuhalten, die Augen zu schließen und »Lalalala« zu singen. »Wisst ihr was? Das reicht. Mehr muss ich wirklich nicht hören.« »Über irgendeins von Lasseters Mätzchen, um genau zu sein.« Der Mistkerl hatte die Angewohnheit, das Normale zu verkomplizieren und das Alltägliche ad absurdum zu führen. Ein echtes Talent. Man brauchte nur den gefallenen Engel zu fragen. Er hatte es drauf. »Würdest du uns einen Moment entschuldigen?« Batsch ging zu Marissa hinüber und küsste sie auf die Stirn. Oh, wie gut sie roch. Und wow, konnte diese Frau eine schlichte Hose samt Bluse aussehen lassen, wie ein verdammtes Ballkleid. »Ich muss mit meinem Mädchen reden.« »Kommt nicht in die Tüte. Ich schaue Melrose.« »Das war keine Bitte, Engel.« »Stimmt was nicht?« Marissa wischte sich den Mund mit einer Stoffserviette ab. »Hat sich jemand beim Training verletzt?« Batsch zog sich einen Barhocker ran und setzte sich neben sie. »Less, du wolltest gerade gehen.« »Ein Scheiß wollte ich.« Dass er das Angebot nur sehr ungern machte, war Batsch anzusehen. »Du kannst die Couch in der Höhle benutzen.« »Zwingt ihr mich dann umzuschalten, wenn ihr nachkommt?« »Wenn ich Nein sage, gehst du dann jetzt?« »Sagst du Nein?« Lasseter hatte nicht das geringste Problem damit, bis zum Morgengrauen eine Runde Fragetennis zu spielen. Oder bis einer der Beteiligten wegen Dehydrierung oder Erschöpfung das Zeitliche segnete. »Ja, ich sage Nein.« »Moment! Heißt das jetzt, dass ich Melrose schauen kann, oder nicht? Die verdoppelte Verneinung hat mich irgendwie verwirrt.« »Himmel, Herrgott, geh einfach!« Murmeln stand Lasseter auf. »Wie oft muss ich dir noch sagen, dass das nicht mein Name ist?« »Ich brauche was zu trinken.« Während der gefallene Engel endlich abzog, ging Batsch hinter die Bar und schenkte sich ein Lagavulin ein. Dann redete er nicht lange um den heißen Brei rum, weil er wusste, dass seine Schellen das nicht wollen würde. »Also, ich glaube, ich habe eine Spur.« »Echt?« Sie legte die Gabel beiseite. »Was denn? Woher?« Batsch versenkte zwei Eiswürfel in der bernsteinfarbenen Flüssigkeit. »Dieses Metallteil ist ein Schlüssel und es verschafft einem Zugang zu einem Privatclub nur für Menschen.« »Gütige Jungfrau, wenn wir irgendwie an eine Mitgliederliste kämen, könnten wir vielleicht ihren Namen rausfinden.« »Tja, meine Lieber, das ist aber leider kein Country-Club,« dachte er und nahm einen großen Schluck. »Wie hast du das rausgefunden?«, fragte sie. »Einer der Schüler ist Mitglied. Er nimmt mich so bald wie möglich mit dorthin. Ich muss mich nur erst mit den anderen Brüdern absprechen, wie es die kommenden Nächte aussieht. Ich glaube, wenn ich ein paar Unterrichtsstunden verlege, kann ich mir den Freitagabend möglicherweise freischaufeln. Und dann gehen wir da hin. Das ist genial!« Als er mit seinem Glas auf halbem Weg zum Mund innehielt, legte Marissa die Stirn in Falten. »Warum siehst du mich so an?« »Im Ernst! Ich begleite dich!« Er schüttelte den Kopf und nahm dann noch einen Schluck. »Nein, ich kümmere mich darum.« »Keine Sorge, ich berichte dir alles, was ich rausfinde.« »Sobald...« »Ich gehe mit!« Beim Anblick ihrer entschlossenen Miene stellte er sein Whisky-Glas ab. »Marissa, das ist die Art von Ort, an dem du nicht mal vorbeizufahren brauchst, geschweige denn hineinzugehen. Es handelt sich um einen Sex-Club.« »Ja, und?« Er blinzelte. »Schatz, das ist nicht...« »Muss ich dich daran erinnern, was wir nach dem Film gemacht haben?« »Viermal?« »Marissa!« »Batsch!« gab sie zurück. Um nicht laut zu fluchen, kippte er seinen Drink hinunter und schenkte sich einen neuen ein. »Das ist nicht dein Ding!« »Da vögeln irgendwelche Leute wild rum und tun sich gegenseitig krasse Dinge an. Damit kommst du nicht klar.« »Ist es nicht eher so, dass du damit nicht klarkommst, wenn ich dorthin gehe?« Er rollte mit den Augen. »Konnte nicht anders.« »Du weißt doch gar nicht, was du da sagst oder wie es in so einem Laden zugeht.« Marissa faltete ihre Serviette mit langsamen, präzisen Bewegungen zusammen und legte sie neben ihren noch fast vollen Teller. »Nun, das werden wir hier rausfinden, wenn wir zusammen hingehen.« »Ich nehme dich da nicht mit.« »Ende der Diskussion.« »Doch, das tust du.« Sie rutschte vom Hocker und griff nach dem Tablett. »Und wenn ich rausfinde, dass du alleine dort warst?« »Dann werde ich das als Hochverrat an unserer Beziehung betrachten.« »Ende der Diskussion.« Batsch versuchte sich vorzustellen, wie sie neben einem Pärchen im schwarzen Latex-Outfit stand, das von zwei vollbusigen Weibern mit lilafarbenen Strap-Ons in den Arsch gefickt wurde. »Marissa, ich werde keine Zeit haben, dir das Händchen zu halten,« sagte er rau. »Ich werde mich darauf konzentrieren müssen, nicht aufzufallen, die Angestellten zu finden und mit den richtigen Leuten zu reden.« »Ablenkung wird diesem toten Mädchen wenig nützen.« »Wage es ja nicht, diese Karte auszuspielen.« »Ich bin mir absolut bewusst, weshalb wir da hingehen.« »Und ich möchte dich an dieser Stelle gern darauf hinweisen, dass du mein Hellrun und nicht mein Hüter bist.« »Also spar dir deinen Pater-Familias-Bullshit und wirf dir, wenn nötig, vorher ein paar Valium ein.« »Aber ich hoffe, ich drücke mich klar genug aus.« »Ich komme mit und werde dir dabei helfen, das alles aufzuklären.« Sie beugte sich vor. »Falls du es noch nicht wusstest, bloß weil ich zwei Eierstöcke habe, heißt das nicht, dass mir das Gehirn fehlt.« »Oder das Recht dazu, unabhängig zu denken.« Während des Schweigens, das darauf folgte, konnte Bartsch nichts anderes tun, als den Kopf zu schütteln. Die Worte, die ihm auf der Zunge lagen, wären in dieser Situation nicht hilfreich. Und er konnte nicht fassen, dass sie schon wieder stritten. So viel zum Neustart, den sie in der vergangenen Nacht hingelegt hatten. »Oder ist es das, was dir Sorgen macht?«, fragte sie herausfordernd. »Was denn?« »Dass es mir gefallen könnte.« Nachdem sie ihm diesen kleinen Brocken hingeworfen hatte, als wäre es eine Handgranate, stolzierte sie mit hocherhobenem Kopf davon. Ihr Rückgrat gestählt, von einer ordentlichen Portion, reg dich nicht so auf. Bart stützte sich auf der Granitplatte ab und versuchte nicht vor Frust zu brüllen. Wenigstens war die Flasche Lager Wully noch zu drei Vierteln voll. Die würde er brauchen. Peyton blies einen Schwall Rauch in die Luft und ließ den Kopf zurück aufs Kissen fallen. »Bitteschön.« Er reichte die Bon an ans Lamm weiter, schloss die Augen und hatte das Gefühl, etwa einen halben Meter über seinem Körper zu schweben. Das vertaute Gefühl der Erleichterung erinnerte ihn daran, dass Perry vermutlich recht hatte und er das Rauchen vielleicht besser lassen sollte. Aber verdammt, nach den letzten beiden Nächten brauchte er eine kleine Auszeit. Scheiß drauf, er hatte es sich verdient. »Und, was hältst du von den anderen?«, fragte er. Das Geräusch, das ans Lamm gerade beim Ausatmen gemacht hatte, war ungefähr so, wie wenn jemand in einem Film an derselben Stelle lachte wie man selbst oder dasselbe gute Essen zu schätzen, wusste. Kameradschaft war einfach was Schönes. »Boon ist cool«, meinte dieser. »Ax ist ein verdammter Freak. Ich meine, diese schwarzen Klamotten und die starre Haare und dieser ganze kranke Tattoo-Scheiß. Komm runter, Mann!« Payton wartete darauf, dass der andere fortfuhr. »Und, was ist mit Novo?« »Die ist verflucht heiß.« Obwohl Payton zustimmen musste, gefiel ihm aus irgendeinem Grund die Vorstellung nicht, dass ans Lamm mit dieser Meinung durch die Gegend lief. »Oder, schlimmer noch, deswegen eine Latte vor sich hertrug.« »Weiß nicht«, nuschelte er. »Sie ist ganz okay.« »Hast du gesehen, wie sie Sit-Ups gemacht hat?« »Ich kann nicht fassen, dass Boone ihre Füße festhalten durfte.« »Die Aussicht hätte ich verflucht gern gehabt.« »Die würde dich in Stücke reißen.« Wobei Payton das möglicherweise persönlich übernehmen würde, wenn das hier so weiterging. »Außerdem weiß ich gar nicht, ob sie auf Männer steht.« »Ich werde sie schon umdrehen«, meinte ans Lamm leise. »Was das angeht, werde ich sie eines Besseren belehren.« »Was ist mit Craig?« fragte Payton rasch. »Den gilt es zu schlagen. Nichts gegen Paradise und ihren Sieg am Ende der ersten Nacht, aber Craig wird's wahrscheinlich auf Dauer rausreißen.« »Stimmt. Wenigstens in dieser Hinsicht konnten sie sich einigen, ohne dass es Tote gab. »Wen nimmst du mit zum Ball im Haus ihres Vaters?« »Momentan niemanden. Ich halte mir gerade alle Optionen offen.« »Hey, bevor wir uns aufs Ohr hauen, können wir noch Futter fassen?« Payton schlug die Augen auf und warf einen Blick auf die antike Cartier-Uhr auf seinem Nachttisch. »Klar, unbedingt. Lass mich nur noch schnell Paradise anrufen. Ich will sicher sein, dass sie gut nach Hause gekommen ist.« »Bist du sicher, dass zwischen euch beiden nichts läuft?« »Nein, Freunde, nichts weiter.« »Sie ist ein ganz schöner Leckerbissen.« Payton fuhr herum und funkelte Anslam böse an. »Pass auf, was du über sie sagst.« Anslam schüttelte den Kopf und hob abwehrend die Hand. »Da geht irgendein unverdauter Mist ab, mein Freund. Mach dir nichts vor.« »Ach, Blödsinn.« Er griff nach seinem Handy, rief ihre Nummer aus der Anrufliste auf und wartete darauf, dass sie abnahm. Während es klingelte, sah er sich in seinem Zimmer um. Das Haus seiner Eltern gehörte zu den Neueren. Mit großen Bogenfenstern auf der Rückseite, mit Aussicht auf die Gärten. Mit hohen Decken und soliden Balken. Er hatte sein Zimmer immer für luftig gehalten, trotz des ganzen biederen antiken Kams, mit dem seine Mutter alle Räume vollstopfte, ob es einem nun gefiel oder nicht. »Hallo?« Er runzelte die Stirn. »Parry, alles okay?« »Oh«, kurze Pause. »Du bist's.« »Wen hast du denn erwartet?« »Ähm, niemand. Meine Tante. Meine... Ihre Cousine. Die Cousine meiner Tante. Du kennst ihn nicht. Sie, sie meine ich. Sie!« »Hast du was geraucht?« Er lächelte. »Weil, wenn ja, solltest du die Pfeife jetzt weglegen und deinen Rausch ausschlafen.« »Nein, hab ich nicht. Aber du, das hör ich an deiner Stimme.« »Wie das?« »Heiserer als sonst.« Einen kurzen Moment lang überlegte er, ob sie das womöglich sexy fand. Dann verscheuchte er den Gedanken. »Ich wollte nur wissen, ob du gut nach Hause gekommen bist. Ist dein Dad inzwischen da? Er müsste ja jetzt auch Feierabend haben.« »Ja, wir haben gerade zusammen das letzte Mal zu uns genommen. Jetzt bin ich wieder oben in meinem Zimmer.« »Anzlam und ich sind völlig stoned.« Sein Kumpel signalisierte vom anderen Bettende aus mit erhobenem Daumen seine Zustimmung. »Wir hauen uns jetzt noch ordentlich Kohlehydrate rein. Und dann gute Nacht. Das wird super. »Jedenfalls gut zu hören, dass bei dir alles passt.« »Iss nicht zu viel Eis. Davon kriegst du bloß einen Blähbauch. Und dann beschwerst du dich morgen wieder, dass du deine mädchenhafte Figur verloren hast.« »Das habe ich noch nie gemacht.« »Aha. Echt jetzt?« »Okay, na gut«, murmelte er. »Muss ich dich an den Vorfall mit dem Kuchenteig erinnern?« Peyton stöhnte. »Ich hätte schwören können, dass ich mir die inneren Organe rausgeschissen habe.« »Genau. Ich sage ja immer noch, dass du möglicherweise eine Laktoseintoleranz hast. Denk darüber nach. Ich mein's nur gut mit dir.« Mit Blick auf Anslam wählte er seine Worte weniger herzlich als sonst. »Also dann bis morgen.« »Ach, übrigens, ich habe dein Foto gefunden.« »Mein... was?« »Dein Foto? Im Bus? Ist dir aus dem Rucksack oder der Hosentasche gefallen oder so?« »Ich habe keine Fotos zu verlieren, Süße. Aber schön, dass du an mich gedacht hast. Und falls irgendwas Nacktes, weibliches drauf ist, dann nehme ich es dir gern gratis ab. Nur weil ich ein edler Ritter bin, wenn es um sowas geht.« Sie lachte. »Nein. Keine Ahnung, was das für eine Aufnahme ist, um ehrlich zu sein. Ich dachte, du hättest es verloren. Aber scheint nicht so. Ist ein altmodisches Polaroid.« »Ein Polaroid?« »Wow. Das ist ja eine Antiquität.« »Wie dem auch sei, ich pass drauf auf, bis sich jemand meldet. Hab noch einen guten Tag und du solltest wirklich nichts mehr rauchen.« »Sagst du mir immer wieder.« »Sagst du mir auch einen schönen Tag, Baby.« Nachdem er das Gespräch beendet hatte, legte er sein Handy neben die Uhr. »Sie ist wirklich eine tolle Frau.« Worum ging's? Um ein Foto? Keine Ahnung. Irgendeine Polaroid-Aufnahme, die sie im Bus gefunden hat. Er setzte sich auf. Er hob sich. Versuchte zu gehen. »Wow. Das ist ganz schön krasser Shit. Lass uns hintenrum in die Küche runtergehen, damit uns niemand durch die Gegend tockeln sieht.« Er trägt 19, 2010. « ft. 20% 22% 23% 21% 25% Vielen Dank.